Weißt du das jetzt? Hast du gegoggelt? Ne, steht hier. Get 10 Kills in Seiten der Metro und ich habe mich gestern gewundert, warum ich keine Kills gekriegt habe, obwohl ich draußen an A mehr als genug Kills gemacht habe. Naja, das muss man, man muss ja nicht lesen können, ne? Da habe ich mich dann, das habe ich dann so geschwischt, aber kill ist das Rippen mal zwei. Das muss wirklich in der einen Runde passieren, weil das wird jedes Mal wieder auf Null gesetzt, wenn ich, selbst wenn ich zwei kriege, das habe ich gestern einmal geschafft. Aber, ja, bringt das nix. Ja, vielleicht reißt du das ja, diese Runde jetzt rum. Das könnte ja passieren, ne? Weil, beim guten Metro ist ja immer alles drin, vor allem wenn wir jetzt von einfach an mit dabei sind. Kann ja alles passieren. So, und immer durchrennen, äh, bis zu C erstmal. Was natürlich keinen Sinn ergibt, aber wir haben garantiert beim letzten Gefecht alles Glas hier diesen Dingern zerstört und jetzt das Glas auf einmal wieder da. Na ja, äh, wir sind ja einmal in ein anderes Universum kurz gereist. Ja, das wird es sein. Wo die Metro aber genauso zerstört ist wie in den anderen. Ja. Das ist hochkomplex, ne? Das macht man nicht einfach so mal. Nur außer, wenn es Soldaten haben die Ehre. Oh, Alter, sind die schnell. Oh, nein, ich habe die Vermutung, dass die uns trotzdem fertig machen. Moin, wie wär's mit Fahrstuhl? Ja, ich habe auch gedacht, jetzt gerade Fahrstuhl-Action. Alter, wir müssen jetzt richtig gut sein, ne? Aufpassen. Die rotzen uns sofort weg. Ja. Schön aufpassen. Sonst bringt kein Medkit was, das könnt ihr vergessen. Oh, hier ist einfach niemand. Rechts. Nein. Oh, die fuck die eh, oh. Die fuck die eh, oh. Wir fahren gerade wieder runter, ich hätte nichts wieder geholt, aber die waren anscheinend der Meinung, dass wir jetzt runterfahren müssen. Wieder mal. Der große Plan, hoch runterfahren. Einmal hoch, ein Kill, wieder runter. Wow. Dieser Gang, den hasse ich. Oh, geil, ich habe ja gekillt. Ich glaube, ich sollte mein Laser-Side ausmachen. Ja, das ist sehr sinnvoll, wenn du das ausmachst. Weil. Ich habe auch meine Lampe rausgemacht. Das verrät nur. Das werde ich mal umtauschen gegen irgendetwas anderes. Aber die Fahrstühle sind gerade alle. Also ich habe einfach alles weggelassen. Bis aufs Visier. Naja, das kannst du ja nie weglassen. Ich meinte jetzt. Oh, hier sind schon wieder Sachen eingefallen. Da bröckelt es und da riesen ist ja ganz viel Schnee hinter Metro. Aber die Fahrstühle ist nur auf der Endseite, okay. Dieser Scheiß-Granat- Ich glaube, ich nehme einen Granat, aber jetzt auch mal mit. Das gibt es doch nicht. Der muss doch echt sinnvoll sein. Nee, ist doch nicht. Aber ich brauche auch Defibrillator und Medipack, ne? Eigentlich. Was kann ich mitnehmen? Smoke. Ich kann eine Smoke-Granade mitnehmen. Na, dann nehme ich jetzt mit. Ich nehme jetzt mal hier. Defibrillator mit, aber dafür keinen. Nehmen wir mal Waffe. Noch die... Noch den Laser-Zeit raus. Ja, dann lieber noch ein Magnifer drauf basteln. Also scheiße, Micha, wo bist du... Ja, den brauchst du eh nicht. Wo bist du hier? Bei C bin ich. Ja, warum ist die Frage? Das ist eine sehr gute Frage, mein ich kann sie ja leider nicht beantworten. Du hast einfach auf Display gedrückt, ohne nachzudenken. Ja, ich habe einfach auf Display gekriegt. Genau so ist es. Du hast es erfasst. Hören aus und D-Play drücken. Äh, D-Play drücken. D-Play. Hast du von Ebay gesagt? Ne, D-Play. So ist es so eine Mischung raus. Aus Ebay und D-Play. Ah! Dankeschön. Was? Äh? Von wem ich nicht gerade... Ach so, von hinten. Ah, fuck. Ja, Mann, von wo sonst? Ja, das stimmt, das ist weg. Von wo sonst? Von wo sonst, was man dann gekillt. Oh, wir sind hier an der Treppe wieder. Ist aber schön, sehr schön. Ich nehme nur die Farmers. Schaffen wir jetzt einmal zu... Weht zu kommen. Okay, gut, die Fahrstühle kann man auch nicht verwenden. Da war man einfach abgeschlachtet, wie viel? Wir gehen langsam die Ideen aus, wo man... Alter, dieser Scheiß-Granatreffer, dieser Scheiß-Granatreffer. Wo man vorgehen könnte. Du kannst irgendwo vorgehen. Die haben alles, überall ist Stellungskampf, Mario. Und das ist doch wie damals. Du kannst doch damals, du konntest doch damals nicht vorgehen. Ja, aber wenigstens fünf Meter vorgehen. Oder hatte ich noch einen besseren Job, weil ich da mehr Leute wiederbeleben konnte. Zum Beispiel den da. Die ganze Verschüsse-Granatreffer. Das gibt's nicht! Dumme... Piep! Nein, klasse. Er hat es nicht an, der geht. Okay. Versuchen wir es mal hier außen. Was? Scheiß-Dreck. Ah! Klar, da kam direkt der nächste Kanade geflogen. Oh, der Kanadwerfer. Was für ein Unterschied. Das war so klar, dass ich da gleich wieder sterben muss. Alter. Ich hasse diesen Abprall-Kranatwerfer, der ist so hässlich, dass der zweimal abprallt und dann erst explodiert. Ja, das ist doch so eine Fixure. Was geht nie ab? Ja, kann... Nahten gehen ab. Ganz safe. Kannst du mal ein Mad-Kit herwerfen? Ja. Dankeschön. Ach ja, das ist schön, die gemütliche Metro, ne? Hier fühlt man sich noch zu Hause. Ja, das ist wie bei mir daheim, ja. Die sterben, Leute. Das ist kalt. Ich kann nur die Hälfte wiederbeleben, weil die andere Hälfte backt rum. Backende Leute, das ist auch sehr häufig. Ich wollte halt eigentlich auch noch backen, aber... Alter, das sind die krank und gestört, die Spinner. Oh, Alter. Durch diese Kack-Kranatwerfer kannst du dich kein Stückchen vorbewegen. Kein Stückchen. Ich meine, Meter schäfst du effektiv. Na, weil die Granatwerfer sind... Alter. Zwei Ecken. Zwei Ecken. Der trifft mich trotzdem und bringt mich um. Diesmal kann ich dich nicht wiederholen, aber du bist ja schon wieder geholt worden. Ja. Aber sicher. Rennt doch, Alter. Da rennt der mir genau in die Fresse, ne? Ich will dort nur vorbei. Was macht der? Der rennt... Der denkt ja jetzt stärker als ich und rennt mir dort genau in die Fresse. Eins, sieben. Was zur Hölle ist denn jetzt los? Hör da auf mit diesen Scheiß-Granatwerfern, ganz ehrlich. Verbietet. So war es auf Metro. Das funktioniert doch nicht, Leute. Ich habe gestern ein Server und No Explosive gehabt. War es angenehmer, sicherlich, ja? Ähm, ne, nicht viel, weil dann haben sie ständig um die Ecken gesessen und du konntest keine Granaten reinwerfen. Also da warst du gegen Camper. Ja, das stimmt auch. Die Fahrstuhl müssen sich doch irgendwann wieder öffnen. Ah, ne, das sind unsere Leute. Ah, ne, das ist unser Problem. Ah, ne, das ist unser Problem. Das ist unsere Leute. Ach. ich wollte einfach mal probieren aber nichts gibt ja das sind sie aber auch die schlauesten mit diesen kack granatwerfern ja was ist denn das meint hast du das auch gerade auf dem auf dem schirm was dieses morning heavy enemy christians nearby ja was heißt denn das ich weiß nicht ich glaube die rücken klei ultra kass vor hat eine karte der voice chat angemacht das geht ja gar nicht es ist so dumm hier alter das geht echt überhaupt nicht ich lauf nur von einer stelle zur anderen stelle und merke da kann man nichts machen außer sterben aber ich bin gerade nicht so scharf drauf zu sterben naja schon wieder was was meint damit dass wir total fertig gemacht werden von gegnern ja das weiß ich auch so mit diesen verfickten kanatwerfern sind ja aber auch immer schneller und die stehen echt nur dort mit ihrem haben wahrscheinlich so statistiken von 20 2 oder so 1 9 habe ich die peri das ist doch so sinnlos wie soll ich denn hier meine ganzen das ist die position ist gerade echt nicht so gut ja klar na klar jetzt ein kill und wird direkt drauf wieder getötet durch ein typen der hinter mir steht oben und auch mit seinem verkackten kanat werfen herunter schießt ich kann machen was ich will ich habe keine chance ja wir müssen es runter kommen lassen das ist unsere einzige chance was zu machen was anderes kann man gar nicht mehr machen weil wir können nicht vorrücken das ist das ist selbstmord pur wir könnten aber naja das ist selbstmord pur welcher willst du ich habe die farmers wir hoffen das jetzt das ding also ich drücke nicht den knopf so bescheuert bin ich noch nicht alter nein 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 warum kriege jetzt schaden weil er diese granate rein geworfen wurde irgendwie ein habe ich getötet und ich habe keinen jahr jetzt geht es auch so rauf ich habe nur ein leuchten gesehen und da habe ich drauf gehalten und dann ja ich habe überhaupt nicht leuchten sehen was das auch schon rapid deploy was ist die warnung ich verstehe die warnung nicht was das heißt das ist neu und die ganzen verschissene exklusiv vielleicht noch auf dem ki gegner dazu ja warum nicht ne das kann man auch nicht machen also ich will doch nur zehn kills und zehn assist haben mehr möchte ich nicht haben ich möchte wenigstens bisschen neutral werden nur ganz klein wenig was mache ich denn jetzt mal grenet flashbang flashbang könnte man mal mitnehmen mal gucken was die so macht der fans kann die arschkarte was er mit gespawnt ist hat ihr zu sparen ist ja auch die arschkarte ja hat schon bonus also ein kill habe ich gemacht er ist nämlich gerade benappt du arschloch ne rapid deploy was ist das kapiert das nicht nein ja habe ich auch noch mitgenommen den hässlichen alter der der check in the box mit seinem verschissenen granatwerfer die hat die gesamte runde noch nichts anderes verwendet noch gar nichts und er ist auch immer noch an derselben stelle nur zwei meter nach hinten verrückt halte wie die sich freuen müssen können da oben stehen können die scheiße runterwerfen soll sich drei auf den kanadwerfer benutzen es geht ja nicht du wirst ja nie treffen ja ich gucke mal bei mir noch erst sind halt ich guck mal bei euch noch ein granatwerfer ja nein ja von da hinten habe ich dankeschön 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 auch wieder schön zu den medkits wer war es von da drüben was ist das für eine waffe dieser airburst der ist eigentlich gar nicht so gut also ich habe nur noch zehn gesundheit das war das problem ich hatte glaube ich noch ein bisschen mehr das ist gleich wieder vorbei also die runden doch nicht so schnell vorbei in den richtigen metro oder weil wir halt uns echt so schnell töten lassen oder getötet werden insgesamt keine ahnung aber ja mir kommt es auch schneller vor da ist dieser scheiß rubber da ja ja die granaten schießen unsere kumpel sich gegenseitig ab kann das sein und hier kann alles sein ich weiß ich habe keine garantie lang ist einfach nur jetzt werden durch die explosion die jede sekunde passiert alter dieser scheiß granatwerfer trifft genau in dem moment der steht nur dort auch das ist diese check in the box ja also wenn noch eine check in the box heißt er hat auch 24 3 als stadt ist ja auch schon wieder mit scheiß kann ich sollte dem food auf den scheiß granatwerfer ich könnte echt kotzen ja endlich erlöst verlieren sofort endlich erlöst frage ist warum wechseln oder nicht ja wir wechseln server ok gut dann ich habe ich habe wirklich noch nie ein operation metro spiel gehabt hier wo ich gewonnen habe noch nie doch klar was du meinst nicht auf der neuen karte oder natürlich darum sage ich ja ich habe noch völlig verstanden ja ja das stimmt ok vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal auf battlefield 4